jo leute und herzlich willkommen zu diesem neuen video und heute ist dabei der ja wir spielen wir spielen den assassin street 3 multiplayer modus weil wir sind sparfüchse und assassin street 3 ist gerade kostenlos und das erklärt ja eigentlich schon alles und ja ich würde mal sagen schnelles spiel dann lade ich dich auch schon mal ein ja zack so hast du einladung bekommen noch nicht dann schicke ich einfach mal noch eine und noch eine und noch eine und noch kriegst du noch ein paar so ich schicke noch eine so mit wem spiel ich denn ich wollte mir gerade ein paar neue sachen kaufen so ein paar neue waffen aber ähm funktioniert ja aber nicht nein es funktioniert nicht okay und wir sind mal wieder nicht in einem team es funktioniert auch einfach nicht ja es funktioniert nie also leute schreibt unbedingt mal in die kommentare wenn ihr wisst wie man hier das team ändert ja das ist das einzige was mich interessiert an diesem spiel das ist die mission also ich werde jetzt 500 folgen von von den spiel veröffentlichen bis ich herausgefunden habe wie man ein team geht so ich soll gleich mal dich töten finde ich ja gut na doch na ja ich sehe dich aber doch gerade weg rennen ah jetzt rennst du da um die ecke du bist doch die frau du bist doch die frau oh fuck ich bin ah fuck ich komme mit der steuerung gerade nicht klar ja jetzt habe ich dich verloren scheiße oh freut mich aber ich habe irgendwie das gefühl hä was scheiße hast du gerade ich bin doch gerade neben dir oder mhm ja ja du bist gerade neben mir gestorben scheiße mhm na ich leb aber noch aber ich soll jetzt doch jemand anders töten aber wen ähm hä ich bin gerade äh gerade incognito jetzt möchte ich nur noch den finden den ich töten soll an der map gefällt mir schön klein schnucklig ja finde ich auch gut oh ja ja hm ich habe ihn gefunden da hinten ist er und er rennt weg ich habe gerade einen zivilisten getötet das hat er an mir eine krankheit mhm ganz ehrlich ich gebe schon wieder auf zu spielen ja welcher bin ich denn ich bin letzter hab null punkte ach passt ja tu ja auch das war jetzt blöd jetzt soll ich über dich töten das gefällt mir ohohohohoho so ja du kriegst mit nicht na würde ich mal nicht sagen ich bin grad diskret ja oh du läufst grad vor mir her ich gebe dir sogar hinweise weil ich weiß dass du sonst einfach nur verkackst naja das ist ja ich krieg dich nicht ich krieg dich also nicht ich krieg dich also nicht ne denk doch mal drüber nach sehr schön ich bin genau in deine arme gelaufen ne natürlich das hast du aber auch gut gemacht da hinten das war ein zivilistist alter ich kann das wort nicht aussprechen mhm so alter muss man unbedingt meine charaktere merken ich bin grad aber dritter ja also ich bin grad fünf ich glaub wir sind nur fünf oder ja ich hab noch keinen gekillt warte mal kurz ich stell mich hier mal kurz hin und mach ein bisschen ein auf afk und mach dich mal hier im TS ein bisschen lauter sag mal was ja ah du bist lauter ah schön ob ich jetzt gut oder schlecht das weiß ich nicht ah jetzt bist du ungefähr so laut wie ich was oh ne so jetzt bin ich auch schon zweiter das geht hier unheimlich schnell ähm so aha da vorne scheint es mir doch du zu sein ah verdammt das war ein zivilist ja und ich stehe hinter dir töte außerdem den zivilist falls man das wort so ausspricht und dann wollte ich dich eigentlich töten verstehst du ich hab den falschen getötet ach so okay ja vielleicht ein bisschen umständlich erklärt aber du hast immer noch nicht richtig ein spiel gefunden scheint mir irgendwie ja das ist das ist das ist aber gleich gleich hab ich ihn gleich jetzt ne das ist das ist krass so ach man ich glaube ich bin grad an dir vorbeigelaufen ach noch nichts ach das ist im auch nicht ach das ist im auch nicht ähm ne ne ich bin grad extra an dir vorbeigerannt das war grad Taktik ja genau und mir wurde grad mir wurde grad ne Axt der Schädel gespalten ach man passiert App ist echt groß ich kann dich mal wieder nicht töten ich lauf hinter dir und kann dich nicht töten this is nice ah da bist du moin aber grad dürfen wir uns glaube ich nicht töten aber ich verstehe das Spiel langsam wir können halt wirklich nur den töten der oben angezeigt wird ist gar nicht mit Teams und so ja ja genau außer Zivilisten ja gut die kann man immer töten aber aber es es macht langsam Sinn ja so ein bisschen ja also mir gefällt der Spielmodus auch ich könnte auch gern mal einen anderen spielen aber mir macht der hier eigentlich grad ziemlich Spaß schleiche ganz unauffällig durch die Gassen und jetzt habe ich einen im Visier aber ich weiß schon wer es ist nehmen wir mal ne Abkürzung ich will nicht ob das ne Abkürzung ist aber man kann es ja mal probieren ich hab ihn dafür das ist er ja nice du hast den grad geholt ja ne den wollte ich aha aha oh ich wurde betäubt von dir ja von mir hä ich dachte du bist der andere weil der einen Pfeil über den Kopf hatte das ist ja irritiert tja ich sehe ihn schon wieder ich müsste den eigentlich sehen den ich töten müsste aber ich sehe den nicht naja ich sehe meinen gerade und ich renne ihn jetzt hinterher und zack scheiße ich meine gerade einfach einen Zivilisten na und ich konnte gerade nicht scheiße ah die killt dich gerade ich hab grad zugeguckt ja 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 ist es eigentlich ne die oder ein der es ist glaube ich du bist ne die ich bin ne die aber ist das andere ein der das war ein der glaube ich ja da rennt er grad ich seh dich doch schon wieder ne ich seh dich auch nicht und ein anderer der auch die ganze Zeit rumrennt mhm he ach so das bist du oder ja aber wir dürfen uns ja gerade nicht ähm das kann doch nicht sein Zivilist ja der tarnt sich gerade als anderer oder ne das geht auch ne das hab ich auch schon gesehen ja Zivilist getötet stelle ich mich immer unauffällig an die Wand und warte ob ich einen sehe ja aber ist das du ja das mach ich auch mal das mach ich auch mal ja stellst du einfach an die gleiche Wand das ist Taktik mhm oh der andere hat tausend Punkte oder tausend Punkte mehr als ich erst ja so jetzt stell ich mich ja auch hin aber ah da rennt grad einer lang alter ich seh den einfach nicht doch ich hab ihn ah da ist er ja den soll doch ich auch machen tja 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 ja und dabei spaltet die mir das Hörn auf ha 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 das finde ich unfair ohne Spaß ich finde das unfair mhm aber ok mhm oh ok mhm und den da oben den hätte ich gerne der klettert aber auch dumm aufs Dach ja den hab ich auch gut gesehen ja den hab ich auch gut gesehen ja den hab ich auch gut gesehen bevor ich letzter werde sprinte ich hier lieber noch mal ein bisschen um die Map noch 30 Sekunden noch 30 Sekunden na da oben hängt er am Baum bist das hier du? ey den muss ich kriegen ah siehste hab ich dir geholfen schätze dich glücklich jetzt springt der runter und der tötet mich der springt runter auf mich krieg ich den noch? na hoffentlich nicht ne der tötet mich auch scheiße ja das gibt's doch nicht bin trotzdem noch Zweiter ja ja ich bin Fünfter tja Zweiter nice machen wir noch ne Runde sind schon 11 Minuten ja würd ich sagen 11 Minuten 52 mhm das sind diese langen Lobbyphasen ja manchmal lädt's echt an wir können aber gleich in der bleiben einfach diesmal ja kann man jo mhm weiter zieh an nice sehr schön der Mauszeiger ist hier die ganze Zeit im Weg so vielleicht ja ich bin Level 5 inzwischen mhm weiter ja ich glaub ja wir können einfach drinnen bleiben 26 Sekunden startet's 15 ach man ich hab wohl jetzt mir was zu trinken mit hochzunehmen ich kleiner na so gleich geht's los glaub ich muss sich gleich doch nochmal ein bisschen leiser machen mach ich aber jetzt noch schnell ähm laut laut stärker anpassen so ist ok ok welchen nehm ich ich nehme diesmal glaube ich ich weiß nicht welchen Map spielen wir denn weiß ich auch nicht für den für den hier wollte ich mir mal ne neue Dings kaufen ne neue 14 Sekunden geht's los mhm ja der hat mir hier ganz gut gefallen dann nehm ich den neu einfach so also ich hab das Spiel jetzt sogar verstanden ist doch perfekt oder mhm oh aber wir sind schon wieder nicht im selben Team das ist ne ich glaub es ist gar nicht mehr Teams glaub du ja weiß er nicht ich glaube es ist einfach wirklich so dass man nur den töten darf der da gerade steht ja und man steht halt nicht immer bei denen bei denen also wenn ich jetzt bei dir stehe stehst du ja vielleicht gar nicht automatisch bei mir das würde vielleicht ja einiges erklären oh die Map ja die hat mir vorhin gefallen ist ne gute Idee ohne von anderen Spielern getötet zu werden das sollte man wirklich mal machen warte mal das ist sie doch was ach das war's ja du hab mir mal hier auf den Namen geachtet oh ne sehr schön aber ich hab ich hab ich hab einen guten guten äh Charakter ne ich hab ich hab jetzt auch mal einen der gar nicht so schlecht ist eigentlich hab diesen fetten mit dem Hammer genommen ja der ist ganz schön ja der ist ganz schön und den Hammer hat er nicht in der Hand was scheiße wo ist denn der den ich gerade suche ist das der da ne das ist der nicht manchmal springen die ja auch hier so auf den Eisblecken naja das würden zum Beispiel normale das würde die Kaini machen ja na das ist auch so ein Erkennungsmerkmal so irgendwie das Gefühl irgendwie das Gefühl ich bin ein Kognito aber ist ja das ist ja das ist doch ein anderer scheiß drauf ah und er macht mich natürlich ach so Leute die ich nicht machen darf bei denen kriege ich jetzt verstehe ich das auch ähm du äh du 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 kannst jemanden nicht töten wenn du den nicht machen darfst naja dann kriegst du halt nur Ehrenblut das finde ich natürlich interessant wer steht denn bei dir gerade drin in ner Todesdings bei mir steht grad Dariti und jetzt bin ich tot jetzt steht wer anders drin schade weil du standest bei mir drin jetzt wenn ich nicht mehr erster Platz ist das ist ja schlecht naja der Dariti Typ da der steht jetzt auch bei mir aber ich find den nicht der stand war bei mir vorhin dauerhaft blau aber ich hab den halt echt nicht gefunden das bist du aber na gut ich musste dich töten echt hast du das grad gedrückt ne ich hab dich gerade ähm aber das Problem ist halt ich hab dich grad nur betäubt und du weißt jetzt mehr oder weniger wo ich bin also war nicht grad schlau von mir ja siehste ja das mein ich halt mit nicht grad schlau von mir ähm ja du hast mich grad gemacht Glückwunsch aber der andere hat mich auch gekillt ja das kann passieren das ist äh das geht nicht das geht nicht das akzeptieren wir nicht mhm das gefällt mir da soo hab zwar nen umstrittenen Kill aber scheiß drauf ich muss echt meine Kills unauffälliger machen ich bin aber zweiter gerade bist du noch süßo? ja ich such dich grad ich muss dich nämlich killen ah ok ja gut ähm aber der zeigt doch ach scheiße du müsstest hier doch gerade gewesen sein also ein neuer Spieler in der Spielsitzung beigetreten ist doch schön scheiße aber ich kann mich nicht mal wehren scheiße ja das war ich du wirst besser du wirst besser hast nur 100 Punkte erhalten du darfst dich nicht so ne Öffentlich ja wenn du mich so ne Öffentlichkeit tötest du musst mich so ein bisschen ähm verdecken ja ja genau ja und ich töte natürlich den falschen alter bin ich dumm hab das Spiel natürlich mal wieder nicht verstanden ähm ja das Problem ist wenn die wegrennen dann kannst du die nicht so 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 killen so das ist ja alter einfach mit nem Hammer die Fresse hängen geschlagen so will ich das sehen so wie fällst du mir oh schade ich stand du ich dachte du stehst jetzt auf meiner Liste wärst du richtig schön neben mir gewesen na ne stehe ich grad auf deiner? äh noch steht gar keiner bei mir darf ich dir mal kurz den Ausschnitt gucken? ja mach mal mach mal ich hab mich als Sackler hab ich was schönes für ein Thumbnail ja mhm die läuft auch voll gut und auch einen schönen Namen ja 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 so so Pascal mit den dicken Titten hm clickbait hoch 10 Pascal zeigt seine Titten hm Melina Sophie zeigt ihre Titten hm leider nicht leider warum bin ich grad hingefallen ah ist ja krass ne äh alter und ich find den einfach schon wieder nicht ach man ach man ach ich bin zweiter alter aber mit 1000 Punkten Abstand aber der andere hat nochmal 2000 Punkte Abstand zu mir also ungefähr 2000 oh hallo hä versteh den nicht wo ist der oh hallo ähm mhm weiß auch grad nicht wo ist der ja alter das war ein geiler Kill du hast den gekillt und 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 wenn du inkognito bist dann kriegst du nochmal mehr Punkte ich krieg 350 Punkte für inkognito sein hm das ist natürlich geil ja wenn du pro jeden Kill nur 100 kriegst ist das wenig ah für den einfachen Kill aber wenn der nochmal ein bisschen besser so gemacht ist oder so auch nochmal was anderes wem musst du gerade machen äh noch gar keinen achso moin ich dich aber ne ach man äh geil 350 Punkte hast du gekriegt ja ja mal gucken mal oh nein scheiße ja gut der musste mich machen ah der Kill sah geil aus muss ich sagen ok der hat mir so einen Hals aufgeschlitzt und mir fängt es so am Bauch an zu bluten aber pfff ja das darf man nicht so ganz nehmen das kann das hier mhm man ich finde ich finde ganz echt man muss mal überlegen von 2010 da waren mit Multiplayer spielen die gab es da schon die waren noch teilweise gar nicht so schlecht aber ich finde für ein Multiplayer Spiel von 2010 ist das echt gut also so wie sich das Spiel denke ich da haben sie auch vor vor nicht allzu langer Zeit ein Update rausgehauen und du spiel nochmal ja ich finde die Grafik auch super ja ist so also für ein 2.10er Spiel ach man ich wollte gerade weg dann nicht ja und der andere macht mich von hinten ja der ist halt immer da der muss mich halt auch immer machen na aber trotzdem mit schönem Abstand ähm zweiter ja aber dummerweise auch mit schönem Abstand zum ersten ja mhm 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 Das heißt, wenn du ihn die ganze Zeit verfolgst... Na, zum Beispiel den hier, den habe ich jetzt gar nicht so schlecht. Ganz unauffällig vorbeilaufen, zack. Den wollte ich auch nehmen. Entschuldigung. Solange ich jetzt nicht auf deiner Todesliste stehe, ist ja alles in Ordnung. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ich da gleich wieder draufstehe. Naja, ich habe gerade hier so einen anderen. Na, ist ja gut. So. Ja, zum Beispiel der Kill gerade und ich renne ihn einfach mitten ins Gesicht. Ach, Mann. 700 Punkte für die Eliminierung, Alter. Wie voll war der denn, der Balken? 700 Punkte für eine einfache Eliminierung. Der bekomme ja nicht ich. Noch eine Minute. Noch eine Minute. Ah gut, erster werde ich nicht mehr, aber... Ich würde sagen, zweiter ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Und dritter werde ich auch nicht mehr. Punkt hast du? 500? Ja. Ich ja ganz ehrlich. Nein! Ach, ich war gerade hinter dir, ey. Das gibt es doch nicht. Oh, scheiße. Auftrag verloren. Ah, das bist du? Mhm. Schade, kann ich leider gerade nicht angreifen. Mhm. Scheiße. Los. Los, gib mir nochmal was geil. Nein. Los. Oh, was? Ich hoffe... Och man, wie asozial war denn das? Ja, noch vier Sekunden, dann schaffe ich. Ja. Gut, bin aber zweiter. Ja, schon wieder fünfter. Naja, du musst halt echt probieren, den Balken möglichst voll zu bekommen. Noch ein bisschen hinterher schleichen und das Zen töten. Ach man. Ja gut, er hat es verdient, der war echt gut. Muss ich zugeben. Gibt es ja nicht sehr gerne zu, aber... Ja, der war gut, der war gut. Ja, der war gut. Der war... Naja... Schöne Standbild gerade. Naja, ich würde sagen... Reicht das mal für erste Folge. Ähm... Danke, dass ihr zugeschaut habt und so. Wisst ihr auch Bescheid. Bei 5.000 Daumen nach oben machen wir noch ne Folge. Also bis denn jetzt mein Gewinnspiel und ähm... Einfach einmal in den Kommentar schreiben, warum ihr die 5.000 iPhones haben wollt. Und dann... Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Und Tschüssi. Bis zum nächsten Mal, wir sehen at